Hallo, ich bin Alexander. Willkommen bei Abenteuer Naturfotografie. In diesem Video möchte ich euch eine kleine Schultertasche, Fotoschultertasche vorstellen, und zwar von K&F Concept zugeschickt haben. Ich habe die die letzten Tage und Wochen mal getestet, ich habe sie auch schon um. Das ist eine recht tolle kleine Fototasche, ihr seht, eine Schultertasche, die über eine Schulter getragen wird. Und hier vorne noch kommt noch ein Gurt rüber, um das schön zu fixieren, das Ganze. Und wenn ich mich dann bewege, dass es ein bisschen fester hält. Das ist eigentlich eine tolle Tasche, man kann sie wunderbar auch so hier rumziehen. Man hat sie vor dem Bauch und was K&F dann ganz gut gemacht hat, hier sind zwei Verschlüsse. Und wenn ich hier oben einen Reißverschluss habe, kann ich den so nicht öffnen, ein Stückchen. Und man kann hier kaum rein, ist auch ein kleiner Diebstahlschutz, wenn man draußen in der Stadt zum Beispiel auch unterwegs ist. Das Schöne dabei ist bei der Tasche, ich kann sie hier öffnen. Ich habe sie jetzt hier so vor dem Bauch, aber das Verschluss geht gut rum. Ich kann sie öffnen und habe dann hier meine Ausrüstung drin. Sie ist eigentlich relativ klein, die Tasche, aber doch recht praktisch, wie ich gesagt hatte, für die Street-Fotografie, wenn man draußen in der Stadt unterwegs ist. Oder wenn man Los Places erkundet oder einfach mal eine kleine Fotounternehmung startet. Oder Fotowanderung, Fotospaziergang, wie auch immer. Ich habe hier meine Olympus drin, mit einem kleinen Objektiv. Hier noch das 40-150mm Objektiv und ein bisschen Kleinkram. Konverter ist dann hier drin. Meine Aufteilung ist nicht ganz optimal, aber so für die Ausrüstung, die ich jetzt hier mit transportiere, ist es schon ganz gut. Die Tasche hat hier vorne noch so ein kleines Reißverschlussnetzfach im Deckel. Da kann man auch Filter und sonstiges noch verstauen. Das ist eigentlich recht schön. Wie gesagt, man kommt so dran, man kann die Kamera rausnehmen und verschließt das Ganze dann wieder. Nehme ich sie mal ab, die Tasche. Dann habe ich hier oben noch ein kleines Deckelfach mit dem umlaufenden Reißverschluss aufklappen. Es sind genügend Einteilungsmöglichkeiten dabei. Jetzt fliegt eine runter. Die habe ich jetzt nicht gebraucht. Und hier oben habe ich zum Beispiel ein Kartensafe von den Speicherkarten noch drin. Und ihr seht, für ein bisschen Zubehör passt da auf jeden Fall noch genug Platz und passt recht gut was rein. An der Seite kann man noch wunderbar eine Trinkflasche reinstecken und mitnehmen. Finde ich ganz gut. Und ja, Verpflegung kann man in der Jackentasche oder hier oben noch mit reinpacken. Das ist dann auch okay. Zum Tragekomfort, finde ich, fühlt sich das erst, der Schultergurt, relativ dünn an. Aber ich habe auch die letzten Tage mal ein, zwei Radtouren unternommen, wo ich die Tasche um hatte. Nur mit dem T-Shirt an, weil es recht warm war. Aber der Gurt hat sich dann doch bewährt, ist doch recht gut zu tragen. Auch hier vorne, was auf dem Rücken aufliegt, die Rückenpolsterung, ist vollkommen okay. Den Schultergurt kann man natürlich noch in der Länge anpassen. Und für einen schnellen Abwurf der Tasche oder wie auch immer, mit einem Klickverschluss, Schnellverschluss, auch nochmal. Da haben die sich ganz gut was einfallen lassen. Hier ist nochmal der zusätzliche Gurt, auch mit Klickverschluss und natürlich Weitenverstellung, den man dann hier unterm Arm her dann halt mit dem schräg verlaufenden Schultergurt, der so schräg über die Brust geht, dann auch verbinden kann, wie ich gerade gezeigt habe. Das Material ist wasserabweisend. Das zeige ich euch mal im Bild. Da habe ich nämlich einfach mal ein bisschen Wasser mit der Gießkanne drüber laufen lassen. Das perlt ab. Allerdings ist dann die Tasche in drinnen dann doch ein wenig nass geworden, muss ich sagen. Die Feuchtigkeit kam dann doch durch. Vor allen Dingen, weil die Reißverschlüsse hier nicht extra abgedichtet sind. Ich habe es von oben drauf laufen lassen, habt ihr gerade gesehen. Da würde ich dann nochmal empfehlen, mit extra Imprägnir-Spray nochmal drüber zu gehen. Aber im Großen und Ganzen für den mittelprächtigen Outdoor-Einsatz oder wenn man so unterwegs ist, wie ich eingangs gesagt habe, vollkommen ausreichend. Ja, K&F-Konzept. Den Link zu der kleinen Fototasche findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mein Fazit bisher, wie gesagt, für kleinere Unternehmungen kann man die Tasche hervorragend nutzen. Wenn ihr dem Link folgt, der in der Videobeschreibung hineingeschrieben ist, werdet ihr sehen, dass diese kleine, kompakte Schultertasche einmal in schwarze bekommen ist und einmal so in steingrau, graufarbend. Und der Preis, der liegt bei knapp 40 Euro. Also derzeit. Also vom Preis und von Leistung her würde ich sagen, absolut gerechtfertigt. Und ich werde es für kleinere Unternehmungen auf jeden Fall nochmal des Öfteren nutzen. Wie gesagt, eine Kameragäuse, meine Olympus OM-1. Kleiner Objektiv, das 40-150, ein bisschen Zubehör, wie ich gesagt habe, passt da ohne weiteres rein. Und ja, recht kompakt. Immer kurz mal mitnehmen. Perfekt. Kann ich nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Macht Spaß mit der Kamera in der Hand. Euer Alexander. WahWS animated. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020